Ja, herzlichen Glückwunsch. Oder? Zeig bitte. Ähm... Ich passe jetzt echt... Ja, fahren wir weiter. Was bisher geschah. Flugzeuge starten, taugen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Scherz! Warte runter! Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles die Jungsdodder. Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Ja, der wollte sich in den Geld haben. Ja, euer Ehren. Na ja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Hä? Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stunard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist. Aber die Sache eilt. Geht klar. Ja. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stunard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Wind davon kriegt, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes. Oder? Wenn Stunard auffliegt, sieht es nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken. Das weißt du genauso gut wie ich. Hä? Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn drankriegen können. Jaja. Immer ich, immer ich. Ich bin jetzt ganz alleine. Hö, hö, hö. Hey, ich sehe mich draußen rum. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Gute Idee. Bleib in Kontakt. Ah ja. Meinst du, Sturrath hat Freunde im Department? Vermutlich. Korrupte Korpscheibe zusammen. Ach so. Oh, verdammt. Das ist eine Art Zeug, wie das Netz-Leute in die Everglades gekippt hat. Ich habe sicherlich keine Beweise vernichtet. Das wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. Oh, Nels hat einem Kerl namens Erpad an der Westküste Geld geschickt. Oh, Nels hat einem Kerl namens Erpad. Neue Bestellung. Nels Geschäfte liefen gut. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Hm, ich auch nicht. Verzeihung? Was ist dein Herr, ihr Beblattverbind? Ich werde das schon mal befragen. What? Was ist dein Herr, ihr Beblattverbind? Was ist dein Herr, ihr Beblattverbind? Was ist dein Herr, ihr Beblattverbind? Nels versorgt also das Elmohrenhelm. Umgehängt vor kurzem. Okay, den Code kann ich auch schnacken. Bingo. Remy Nels Versicherung, Aufnahme 1. Freitagabend, 14. August. Ich treffe mich mit Stoddart. Jetzt sollen wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddart. Hab ich dich. Kai, ich hab das. Ich komm runter. Gut. Ich bin hier unten im Container. Das geht ein kranger. Ah... Hast du was gefunden... Nels und Stoddart auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehort. In Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Dome Roboto in der Palmcourt Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Wobei schon können wir ja mal. Eine Frage. Deine Tipp. Gehe nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, gehe vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Weg. Die Zentrale meldet einen verdächtigen Mann. Ich folge ihm, okay? Okay. Alles klar. Bleib in Kontakt. Das ist ein Dank. Das war's für heute. So. Let's go to this! Okay, up. Huh. Fuck. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020